Hallo Freunde der Verwerbung, weiter geht's in Magic Farm 2. Gibt's auch drei? Ja, es gibt Magic Farm 3, wir könnten ja mal Magic Farm 3 spielen. Ich weiß noch nicht, ob das überhaupt geht hier. Duntal, Dundal, 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 Dundal. Dundal, 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 Dundal. Die Light Spuchen fehlen, die Lalalalai X5. Wurden kannst du inVES Qualität legen. Die Light Spuchen! Die Light Spuchen! Mach mal der da rein. Warte. Was hast du denn? So, dann machen wir hier. Was hast du denn? Das Teil brauchen wir. Äh, einen Zaun brauchen wir erstmal. Ach, Mann. Du mit deinem Zaun. So, das da rein. Stell dich um, du blödes Meister auf dir. Ähm, brauchen wir. Brauchen wir, brauchen wir. Ach, warte mal. Jetzt hast du es endlich geschafft. Danke. Angeln brauchen wir. Das ist ja auch kein Problem. Ähm. Hast du welche? So. Warte, ich mach mal gerade ein paar Sticks. Wir haben noch Sticks da. Wir brauchst du denn noch? Äh. Eine Angel machen, stimmt. Wir wollten angeln. Oh, Angel fertig. Ich hab, ich hab eine. Ich brauch mehrere. Wie viel denn? Dann sag doch, dann mach ich die mehr. Wolltest du hast du mehrere? Mach doch eine aufladbare. Ich schaff mir jetzt eine aufladbare. Ist mir egal, ich brauch die für, für, das, äh, für den Automatik. Nein, wir haben nicht mehr genug Titan. Nein. 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 Das heißt, Angeln haben wir. Nein. Wie ging denn nochmal Titan? Oh, da hab ich jetzt fast wieder was Falsches gekriegt. Ähm, Titan. Warte mal. Titan ging ganz schwer. Da musst du unten mit dem Ofen hantieren. Da kannst du übrigens mal ganz viel Kohle reintun in den unteren Ofen. Ach, das geht nur mit dieser einen Angel. Hä? Echt jetzt? Das geht mit der Angel? Gar nicht. Mit welcher? Was bin ich? Oh Gott, das ist eine Aufgabe für drei bis vier Folgen. Polished Stick brauch ich. Oh Gott, diese, diese aufladbare Angel. Polished Blanks. Hm. Wie mach ich denn Polished Blanks? Äh, ich weiß es nicht. Polished Loks. Wo krieg ich die denn her? Was für ein... Eichenholz. Was für ein Autofischer willst du eigentlich machen? Von welchem Wort ist denn der? Tut mal Skelett weg. Äh, von, äh, Free Culture. Ähm. Och, ne. Was ich brauche ist Eichenholz. Und ich brauche Fischöl. Titanium Fishing Rod. Ich schätze, wir müssen erstmal angeln gehen. Ich schätze, wir machen erstmal Titan. Ich geh angeln. Machst du mit mir Titan? Ich mach mir mal an, der ist in der Zwischenzeit. Ähm, Moment. Ähm, äh. Da weh. Was? Wie bitte? Ja, immer mit der Ruhe. Ich muss kurz was anderes schauen. Hier müssen wir auch so ein bisschen ausleuchten. Es gibt nichts anderes als Titan. Das war, wie, das war ein riesig aufwendiges Rezept. Ach so, das Teil. Ja, wieso zeigt das Ding mir immer kein Glas mit an? Das kann ich dir nicht beantworten. Ja. Ähm, dann machen wir den hier mal. Dafür brauche ich dann noch eine. Und. OFC-Fan. Ähm, Item Duct. So. Dann brauche ich Wasser. Hilfe, wie viel verbrät denn das? Oder eigentlich nur einen Eimer. Habe ich noch? Nee, ich habe wirklich keinen Eimer mehr. Oh Gott, das heizt noch eine ganze Weile. Okay, komm. Ich habe keine Ahnung, was du brauche. Oh, hier fehlt noch ein bisschen. Kohle. Ähm, wo bist du denn? Und nach vorne auch. Was macht er sich hier? Ruhe angeln kann. So. Nein, du gehörst nicht rein. Ich hoffe, das geht. Okay. Ähm, hierhin. So, Routine Ohr. Das wird jetzt eine langweilige Angeln. Jetzt habe ich das Angeln vorgeschlagen und selber angle ich nicht. Ja, ich, äh, muss jetzt. Weißt du, mir bleibt ja gar nichts anderes. Ich bin nur noch dabei, Mädels. Aber ich brauche ja auch Fischöl und so, weißt du? Äh, Fischöl, das kriegst du doch ganz anders. Wasser? Ich habe irgendwo noch einen Eimer Fischöl. Warte. Hast du? Ja, den kriegt man, wenn man Ameisen, äh, wenn man Ameisen gesiebt und die dann in den Hochofen tut. Wieso heißt denn das Zeug dann Fischöl? Das frag jemand anders. Ich habe den Tools, aber passiert nichts. Hier, ich habe 1500 Millibucket Fischöl. Okay. Wo bist du? Das ist ungefähr, das ist über einen Eimer. Wo bist du denn? Ja, ich brauche, ich brauche, äh, ich komme hoch ins, äh. Halt, ich bin gerade bei dir unten. Ich will ins ME-Haus, da brauche ich es noch. Ich bin bei dir unten. Nein, bist du nicht. Ich bin nicht oben. Doch, bin ich. Guck, ich habe jetzt hier das Ding dorthin gestellt. Du kannst es gerne dort abholen. Äh, das war, glaube ich, so, wenn ich das noch richtig in der Erinnerung habe. Davi, was machst du denn da unten? Ähm, falls wir brauchen, also falls wir noch mehr normale Fische brauchen, ein automatischen Fischer. Äh, dort unten? Naja, ist doch egal, wohin. Da stört er gar nicht. Ähm, hab ich. Heh, dort unten. Oh Gott, 1600 Grad Celsius. Oh je, das kann noch eine Ewigkeit dauern. Warte mal, warte mal. Haben wir noch Pyrotechnik, was wir nicht brauchen? Das geht ja nicht viel Schmerz. Noch ein Almer Wasser? Nein, 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 nein. Das ist so leid, es mir tut. Den Stack davon verbrennen. Ähm. Aber, aber. Ach, da geht es gar nicht. Was heißt nochmal, Watt? Watt? A.T. Hä? Watt hat das Watt, was hat das Watt? Was meinst du? Da. Da haben wir es doch. So, kutible Fornaze. Das brauche ich erstmal. Ich habe doch hier einige Geschwindigkeits-Upgrades. Wieso dauert das so lange? Gut, so ein Teil haben wir. Du musst dich dahin. So. Das machen wir unten in die Werkstatt. So. Cool. Ich glaube, ich bin automatisch mit einer Truhe immer verbunden. Machen wir, machen wir. Das schmass einfach hier so hin. Gut, so. Einmal Truhe. So, dann muss ich, äh, wir kriegen das Zeug jetzt da rein. Das wird noch eine ganze, ganze Weile dauern, schätze ich. Äh, nein, nein. Die kriegen das jetzt da raus? Was machst du überhaupt? Ich habe keinen Plan, was du überhaupt machen. Ah, ich habe es wieder. Äh, weil irgendwie kann man da nicht draufzugreifen, nichts machen. Warte, 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 warte. Ja, theoretisch dafür braucht. Aber irgendwie, irgendwie habe ich keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf zugreife. So, funktionierst du, du machst Arbeit und du holst Fische. Okay, das passt. Komm mal, komm mal in die, in die Werkstatt hier. Bin ich. So, Wensas, kommst du mal? Ja, das Teil. Irgendwie muss da Öl rein und irgendwie muss da, dann, äh, irgendwie muss da das Öl rein, ne? Eingegossen werden irgendwie oder so, keine Ahnung. So, mit Magnesium zu, oh Gott. Und dann muss da das, äh, Birkenholz da rein oder so. Darf ich mal kurz mehr drauf? Ja. Mangenes. Wetterbeast. Oh Gott, das war da auch Fischer. Für normale Fische halt. Keine speziellen Magikulture-Fische. Äh, ja, okay, ich wollte aber das andere Teil bauen. Ja, aber ich habe gedacht, wir brauchen Fischöl für das Zeug aus Fischen. Ja, Fischöl habe ich ja gerade. Ich, äh, was ich brauche, ist dieses spezielle Holz. Ah, jetzt ist mein Salat da drin. Ah, jetzt wird auf mich komisch fliegen zu. Ja, machst du Hot Girl und holst raus. Jetzt ist zwei Salate da drin. Oh Mann. Doc hat meinen Salat geklaut. Ihr habt so. Ähm, ja, nee, ich bin gerade überlegen, wie kriege ich da das Öl, wie greife ich da drauf zu, überhaupt? Das sind alles sehr gute Fragen. Vielleicht, äh, jetzt hast du es eingesammelt. Stell es mal so hin, dass es ein bisschen freier steht, dass man von allen Seiten zugreifen kann. So, so? Äh, oder so. Wie heißt das Ding, was du bauen willst? Ähm, ich will, ich will, ähm, dieses komische Holz. Kannst du das da machen? Warte mal. Warte mal. Automatic Fischer, oder? Ja. Genau. Ist das dann der Wooden Construction Block? Warte mal. Ich weiß nicht. Nee, da brauchst du jedes Zeug nicht dafür. Ähm. Warte mal, die Angel. Ja. Da brauchen wir eine Wooden Fishing Rod. Eine Wooden Fishing? Eine Holzangel. So, und jetzt, und das muss man aus Polierten? Eichenholz. Genau. Ähm, hast du Eichenholz da? Eichenholz sollte ja wohl weniger das Problem sein. Warte. Nee, ich mein zum Ausprobieren. Du fang an zu qualmen. Ähm. Eichen. Du fang an. Es ist ja wieder auf Deutsch. So, hier. Ich hab Eichenholz. Da, so. So, da. Äh, falsch. Hm. Hm. So, und? Hätte dabei nicht Schiff drücken sollen? Warum dauert das so lange? So, und jetzt. Was tut ihr denn da, wo ihr tut? Was hast du denn? Moment, steht da drauf, wie viel du brauchst an Holz, äh, an Öl? Es sind drei. Da ist das. 30 Eimer an Fischöl brauchst du dafür. Da ist eineinhalb drinnen. Ja, aber was mach ich damit? Äh, wie, wie krieg ich das überhaupt da an? Leute, meine flöte Frage. Wie lange guck ich jetzt hier schon, wie, wie, wie ist das Ding aufhört? Wer hat ein Vet gemacht? Hä? Was? Einer hat das Drafting-Rezept von einem Vet gemacht. V.A.T. Ich. Warum hast du einen gemacht? Wieso hast du einen? Wir haben mehrere. Hm. Oh. Hier unten? Bei, bei der Fabrik? Mit dem Haus. Was? Mit dem Haus. Ich sehe hier kein... Boote! Links neben der Fabrik? Links neben der Fabrik. Was? Hier, das Ding, was ich im Moment mit Wasser gefüllt habe. Okay, kannst du das auch mit Fischöl füllen? Ja. Theoretisch, wenn ich das Wasser wieder rauspumpe. So, warte, jetzt mir aber das Fischöl. Ja, genau. Erstmal Wasser wieder rauspumpt. Wir bräuchten aber mehr Fischöl. Wesentlich mehr. Ja, dann holt, dann macht, dann, dann tut Erde durch so ein Sieb drücken und holt die, äh, die Ameisen raus. Was war das denn? Ich habe das Ding jetzt wieder abgedingst. Na, ich habe gerade das Wasser nicht so weiter abgelassen. Äh, mein, mein, mein Teil hat sich gerade geupdatet. Welten, Glückwunsch. Ähm. Ähm. Obwohl ich nur Rechtsklick gemacht habe, ähm. Da oben ist das Ding, glaube ich, oder im Sifter. Okay. Und was sollten wir denn da durchhauen? Erde? Oh. Ähm. Durch Rechtsklick, das ist aber seltsam. Was denn? Durch Rechtsklick ist das Ding geupst. Keine Ahnung. Ähm. Erde. Nee. Doch. Die heißt doch Erde, oder? Öff. Dirt. Wieso heißt es hier wieder Dirt auf Deutsch? Äh, Deutsch ist, äh, Dirt ist Englisch. Äh, auf Englisch meine ich doch. Meine ich doch bitte. Äh, will gerade 5 XP jetzt nochmal gucken. Wo ist es? 6 XP. Okay. Funktioniert so gut. Na gut, egal. Okay, was soll ich da mit dem Wörmchen mal aus? Dafür steht das nicht mit deiner Musik. Müsste das doch schlecht zusammenpassen. Ja, aber wo packe ich das jetzt dran? Das Fass mit dem Fischöl. An eine Seite. Äh, einfach hier so drauf. Ähm. So? Hm. Auto. So, passiert aber nix. Natürlich nicht. Fische. Warum nicht? Weil du im Weg stehst. Geh mal weg. Däh. Aua. Ah. So, nun ist da Fischöl drin. Ja, muss aber noch mehr. Wo kriegen wir noch mehr? Halt, wofür brauchst du noch mehr? Äh, ich brauche 30 Eimer. Wofür? mit den automatik fischer da kann man dann wahrscheinlich andere fische kriegen denke ich du kriegst es nicht durch fische wie denn du habe doch gesagt du musst erde durch das sieb tun und dann die am meisten in diesen ofen hier in welchen ofen in diesen ofen hier und das sieben okay ich habe ameisen und sowas da also wenn du tue am meisten hier rein schmeißt ich weiß nicht ob ich die beiden da rein schweißt ich sehe nicht was du da rein schmeißt hier oben in die kiste jetzt sind sie weg leuchtet nein dann sag doch das gibt mir die her ich habe sie nicht ausgenommen werde ich dann sind hier in der kiste da unten in der kiste sind sie jetzt wenigstens haben wir limestone limestone was das schön ist weiß ich auch nicht damit kann man magnesium herstellen was man für dingens braucht jungen dingens was ist dingens macht der schaden macht ihr mutter ich würde es an deiner stelle nicht tun dafür kam ein bisschen zu spät haben feinen schmelzpunkt von 150 grad die die ameisen okay halt kommt man auch so eine ameise nicht allzu viel war da mal ich habe jemand zufällig ein fluiduc dabei ja hier ja habe ich das hier so was tun so ich habe meine unten so ein bisschen ausgeleuchtet dass da keine monster transport so darf ich finger weg jetzt tue ich hier die ameisen wieder ein 1 und dieser komische wurm daneben so und das sollte jetzt diese tool diese dieses fass hier füllen wie gesagt das sind immer zwei millibucket pro fisch also also ein millibucket profit okay wohin sollte ich aber nicht wieder brauche oder menge zeug oder ja das tun wir ja mal wohin sollte ich dann die anderen schmeißen die kiste okay dann würde ich ja dann müsste aber ein bisschen mehr reingeschmissen werden letztendlich ja also erde farmen also hier dingsbums farmen was erde nein so während das die hochheizt kann das ja ihr ding ins tun das ist der beat nimm dir einfach hier dörte raus und komm mit warte warte kurz ich will erstmal noch was anderes machen und zwar brauche ich noch mal moos weil ich habe nicht vor ein dings selbst reparieren zu machen leute was macht dieses fischnetz aus marie kalt schon wieder rein oder war ich noch bei mir so was war mir er noch nicht so angeschaut ja jetzt habe ich vier stück da ist keine erde mehr drin außer gehartete erde und getrocknete erde hier mit dass ich habe denn ich habe den stifter was wird jetzt ja das muss ich vorhin gesagt habe ich jetzt okay ich immer so drei vier stecks mittel ich habe jetzt ich habe diese sieb gerade rausgeholt wo sie jetzt sind ja zu mir hier siebel was dort habe ich ich bin hier hinten nein kommt zu mir ich habe das sieb aufstellen auf draußen was so irgendwo wo ich nicht so viel platz hier steht sie jetzt so ich bin dabei am anderen hier drinnen egal das könnte man eigentlich auch noch automatisiert was meinst du mit einem automatischen aktivator so jetzt habe ich wieder so ein halbes inventar voll mit käfer ich habe würmer und ameisen naja mal gucken ob die fischnetze funktionieren und jetzt ist die truhe voll okay da müssen wir eine doppeltruhe draus machen nein müssen wir nicht wir können das für gut teil dabei raustun könnte tun warte mal ich weiß mal direkt nach was ist eigentlich mit den anderen viechern die müssen doch auch irgendwo rein welche anderen viecher alle viel oben rein alle auch die auch die würmer ja ich habe aber mehr ameisen als würmer irgendwie ja mal wenn du es zwischen lagern wird sich habe hinter dir eine truhe aufgestellt so will ich es ist es ist gerade irgendwas am laufen wo ich unbedingt bei wohnen möchte was denn das weiß ich nicht ob du willst dass ich das hier sage ach so das muss nicht siehst du aber da will ich hin wie lange nehmen wir eigentlich schon auf 17 minuten ja aber wir haben das immer noch nicht fertig gekriegt also ich sag mal so ich sehe ich dass die hier drin ist gar nicht das geht hier hinten auf fast meters ach so stimmt ja wir sind jetzt bei 210 aus einem wie ich werde auch 20.000 millibucket warum habe ich so viele phishing net und 256.000 gehen rein okay gut auf jeden fall passiert was ja 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 leute ihr seht schon das wird definitiv länger dauern würde ich würde ich sagen wir machen weiter in der nächsten folge bis dahin sollte einiges hier passiert sein ich sag bis dahin und tschüss äh was äh ach so tschüss verabschieden naja äh tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal